Meine Freunde zeige ich euch jetzt noch mal aktuell die neue Startlage vom Cryptic die Welt. Wie ihr mitgekriegt habt ist es nun eine Zentrale, euer Halb, mit dem ihr gespielt habt, der ist dort drin, Upgrades und so, das hat sich geändert und natürlich Forschungsdinger und nun gibt es Level und ich bin Level 72, dann hat sich das Waffenlager geändert und Skizzen in P, im Rucksack noch, dann haben wir das Lager, im Lager seid ihr Ruhst, was ihr habt, so übrigens, Sammlung, Umwandlung, Skizzen habe ich schon viel und im Notfall, weil ich ja jetzt schon 700 habe und gucken will, was ich an einer Falle habe, habe ich schon diese Skizze hier decken, leider, also kann man noch die Punkte sparen, also sonst hat es eigentlich nichts geändert, außer dass ich Blitz 90 bin und ja, das war das kleine Infovideo, hoffentlich hat es euch auch gefallen, wenn ja, lasst ein Like da und vielleicht ein Abo, würde mich sehr alles freuen, auf Wiedersehen.